servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute gucken wir uns alle items an die ihr mit patch 10.0.5 neu transmoggen könnt und dabei geht es um weiße und teilweise auch graue items sprich viele generische items könnt ihr jetzt transmoggen wowhead.com hat dazu eine liste veröffentlicht mit allen items die jetzt möglich sind und ihr findet das ganze in der video beschreibung wie gesagt ich bin auch immer ziemlich angeleckt dementsprechend halten wir uns heute kurz und ihr könnt dann alle items so für euch durchklicken wenn ihr bock drauf habt wir haben einmal hüte und kronen also vor allem viele kopfbedeckungen jede menge hüte dabei ist auch diese nette krone das finde ich tatsächlich ganz cool ein strohhut ist beispielsweise auch dabei also letzten endes alle items sorgen dafür dass ihr ein bisschen ja wie soll ich sagen themenspezifische mocks basteln könnt also weiß ich nicht adliger oder ich denke mal man kann sicher auch ein bauer oder feldarbeiter mock jetzt machen ich denke die änderung dürfte vielen transmog freunden gefallen was ich auch relativ cool finde sind die brillen masken und monokel also dabei kann dann sowas rauskommen oder sowas lustige brillen und tatsächlich diese monokel finde ich ganz cool die passen zum beispiel gut zu so einem schönen zylinder also ich denke da sind ein paar nette sachen dabei dann bei der brustrüstung haben wir ja relativ generische sachen anzüge kleider hemden tatsächlich auch weihnachts outfits wie dieses hier kann dann zukünftig transmog werden und fällt uns sonst noch irgendwas besonderes auf eher nicht so wobei ich wette dass so einfache kleider auch bei vielen wahrscheinlich zuspruch finden wir haben bei den beinen einfach ganz normale shorts aber auch anzugshosen also black toxedo pants passt dann ganz gut zum beispiel hut und monokel also da gibt es auch ein paar nette sachen ihr seht es hier unten lässt die auswahl dann ein bisschen weiter nach also bei gürtel und schuhen und so weiter ist jetzt nicht so viel am start handgelenke auch nicht zumal man die ja dann eh nicht so oft sieht und hier haben wir noch bei other ein paar ich glaube handschuhchen und schultern die da neuen mit rein gerückt sind also da gibt es auch noch so eins zwei drei sachen und was jetzt passiert oder wo ihr gucken könnt ist beispielsweise wenn ihr euch feiertagsgear aufgehoben habt in eurer bank checkt mal ob dieser button oder diese schrift mit cosmetic dran steht falls ja könnt ihr das ding dann rechtsklicken wenn es in eurer tasche ist und es wird eurem transmog archiv hinzugefügt ansonsten wie gesagt liste findet ihr in der video beschreibung schreibt gerne mal in die kommentare welches item findet ihr am coolsten oder gibt es irgendwas spezielles worauf ihr euch freut ich bin ja da nicht so ganz im thema und eher langweilig mit den sets die ich immer nur mocker aus dem raid aber ich bin gespannt was ihr sagt und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen